War da eine Japanerin bei diesen Mongolen? Ich konnte es nicht glauben. Sie gab ihnen Befehle. Was hat sie gesagt? Etwas über den Sensei und die heißen Quellen. Mehr habe ich nicht gehört. Verzeiht mir. Ich lehrte ein Monster, wie man jagt. Sie hörten, wie Tomoe die Mongolen Befehle gab. Sie erwähnte das Hiyoshi Heilbart. Sie fängt gerade erst an. Sakai, eure Art zu kämpfen ist nicht der Stil eures Onkels und nicht meiner. Wir hatten noch nie einen Feind wie diesen. Ich tue, was ich muss, um zu siegen. Ein Samurai ist ein Wächter. Kein Mörder, der herumspringt wie ein Dieb. Ihr habt Komoda nicht gesehen. Ich habe genug gesehen. Ich weiß, es war brutal. Aber ich trainiere nicht noch ein Monster. Ich weiß. Das wird nicht passieren. Wenn Tomoe das Hiyoshi Heilbart will, muss ich mich vorbereiten. Und ihr auch. Ich sehe euch in meinem Dojo. 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 Sakai! Gibt es Neues von Tomoe? Auf den Wegen zum Hiyoshi Heilbad wurden Reisende erschossen. Niemand fragt sich mehr hinaus oder Vorräte hinzubringen. Ihr glaubt, das war sie? Strategisch platzierte Schützen können eine ganze Stadt isolieren. Das war doch eure Taktik als Burgemeister des Nagao-Clans. Tomoe war eine gute Schülerin. Zu gut. Wir bekämpfen euer Ebenbild. Das werden wir zu unserem Vorteil nutzen. Kommt. Wie sollen wir diese Bogenschützen finden? Wir denken wie Tomoe. Wir wollen alle Wege zum Hiyoshi Heilbad kontrollieren. Wo platzieren wir Schützen? Es wäre schlau, den Hauptzugang zur Stadt zu kontrollieren. Hm. Die Leute meiden bereits die Hauptstraße. Schützen wären dort nutzlos. Der Pfad hinter dem Gasthaus. Nein. Kaum Deckung, schlechte Sichtlinien. Wir wollen mit möglichst wenigen Schützen das größte Gebiet abdecken. Eine Handvoll Männer könnte die Straße zur Küste blockieren. Ja. Jemand müsste die Brücke in die Stadt beobachten. Sehe ich auch so. Die Straße nach Süden führt entlang eines Kamms. Perfekt für einen Pfeilhagel. Tomoe würde zustimmen. Ihr habt nicht völlig versagt. Gehen wir jagen. Was habt ihr Tomoe noch gelehrt? Ich habe nichts verheimlicht. Warum ihr den Nagao-Clan verlassen habt? Das ist kein Geheimnis. Ich setzte mich zur Ruhe. Und ich mochte die heißen Quellen. Aber ihr lehrtet weiterhin. Nicht sofort. Woher der Sinneswandel? Der Bogen ist mein Leben. Ohne ihn fühlte ich mich tot. Und ich wollte leben. Bereut ihr, das Kriegerleben aufgegeben zu haben? Den Bogen zu meistern heißt, sich selbst zu meistern. Das ist der einzige würdige Sieg für einen Samurai. Der Rest ist unbedeutend. Oh. Wir nähern uns. Augen auf. Aussehen und aufräumen auf. Schuss auf. Schuss auf die Seite! Sie werden hier in der Fluss auf BARK. Echt nun! Jeid! Hey! Wie ist das für? Das ist das für ein Hecht. Gäuwen! WD-I-SYBLE WD-I-SYBLE WAD DROE Tumoe war nicht hier. All diese unschuldigen Opfer. Tumoe hat alle Brücken abgebrochen. Ihn Volk hintergangen. Mit Teilen und Herrschen kennen sich die Mongolen aus. Sie zogen einen meiner ältesten Freunde auf ihre Seite. Schwache Geister ersehnen Reichtum, Macht und Ansehen. Sie werden leicht zu Verrätern. Schwach oder nicht. Tumoe und Ryoso wussten, dass sie mehr verdienten, als sie hatten. Ihr zeigt zu viel Mitgefühl. Ich verstehe, wie Sie denken. Doch wer Chaos seht, muss bestraft werden. Euer Weg seht Chaos. Ja, beim Feind. Nein, nicht nur. Ein Samurai darf Gewalt nicht zügellos ausüben. Sonst kommt es zu endlosen Blutvergießen. Es geht darum, den Feind zu besiegen. So beendet man das Blutvergießen. Tumoe hat das Gleiche gesagt. Hinterhalt! Ich habe das Gefühl, wenn du das an sie nicht hüllen choses beklebt. Ich werde das Gefühl hast, was ich nicht daran lachen. Ich werde das Gefühl, dass du das an siehst. Ich werde das Gefühl, dass du das ist. Ein Schlangenes ist noch übrig. Kommt! Wie wurde Tomoe eure Schülerin? Sie tauchte mit dem armseligen Bogen ihres Vaters im Dojo auf und wollte nicht mehr gehen. Ihr habt sie nicht abgewiesen. Ich wollte, dass sie bohrte einen Pfeil nach dem anderen in meine Ziele. So ein Talent hatte ich noch nie gesehen. Sie war sicher ausgewählt. Die Verhaltung war falsch. Völlig nutzlos in einem echten Kampf. Doch sie hatte keine Angst, ihr Ziel zu verpeilen. Sie zögerte niemals. Der Geist einer Kriegerin. Nein, einer Mörderin. Das erkannte ich erst viel zu spät. Die Verhaltung war eine gewisse W Ning-Gericht. Sie zog es le Part. Sie zog es in einer Kunde. Sie zog es in einer Lezeit. Sie zog es in einer Lezeit. Oh! 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 Hier hin, halt den Beirat! So! Sensei Ishikawa! Kennst du den Namen, Ishikawa? Ja, ich habe eine Botschaft. Sprich! Sensei, das ganze Hiyoshi Heilbart wird um Gnade winseln. Wie die Opfer von Hironori Nagar. Genug! Hironori Nagar, fiel er nicht gegen Banditen? Das ist Jahrzehnte her. Er galt als großer Bogenschütze. Hat er bei euch gelernt? Nein. Tomoe verbreitet Lügen. Ein Kölnchen Wahrheit liegt darin. Sie will Zweifel zwischen uns säen. Nur wir stehen zwischen dem Hiyoshi Heilbart und einem Blutbart. Dann stehen wir zusammen. Wir planen den Schutz der Stadt in meinem Dojo. Trefft mich dort und seid kampfbereit. Sehr gut, Kage. Wir planen den Schutz, Kage. Wir sind ein gutes Team, nicht wahr? Höhe! 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 Oop. 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 Zakai! Wir dürfen Tomoes geplanten Angriff auf das Sie Yoshihalbad nicht ignorieren. Warum ist sie von der Stadt denn so besessen? Ich wurde dort geboren. Die Zerstörung beweist ihren Wert für die Mongolen und erniedrigt mich. Doch das Gebiet ist von Vorteil für uns. Zwei fehlige Schützen können hunderte aufhalten. Oder wir lassen die Mongolen gewähren. Tomoe erringt einen Sieg und wird unvorsichtig. Dann schlagen wir zu. Dass Sie Yoshihalbad als Opfer für Tomoe? Das Opfer ist es wert! Tomoe würde zustimmen, Sensei. Gut, Sakai. Sie greift von Norden an. Wir sollten uns darauf fokussieren. Nach geeigneten Anhöhen suchen, Pfeile platzieren und... Leise! Hört ihr das? Ein Pfeil, ein Tod. Anweistung! 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 Ich hatte bereits mit Tomoes neuen Freunden gerechnet. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie mehr Männer geschickt. Sie wollte uns nicht töten, sondern aufhalten. Das ist Yoshi Halbert, der Angriff beginnt. Hier lang. Versprecht mir, weiter Tomoe zu jagen, wenn ich heute falle. Versprochen, Sensei. Sie weiß, dass ihr mein Schüler seid. Euer Tod zerstört mein Vermächtnis. Euer Weg des Bogens überlebt mit mir. Wo schlägt Tomoe zu? Hinten in der Stadt, beim Wasserfall. Der verwundbarste Punkt. Wenn wir vor den Mongolen ankommen, können wir uns vorbereiten. Das wird nicht leicht. Ist es nie. Wir beiden, hierher. Was ist meine Herren? Die Mongolen marschieren zum Yoshi Halbert. Versammelt alle beim Gasthaus und lasst euch nicht sehen. Wir kümmern uns um sie. Ja, meine Herren. Von hier aus ist die Sicht gut. So können die Mongolen uns nicht flankieren. Uns bleibt nicht viel Zeit. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Wir haben keine große Wahl. Nutzen wir das, was wir haben. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Trockenes Gras. Lock die Mongolen dorthin. Wir sorgen dafür, dass ihr Brandpfeile habt. Frau Nissen-Nester. Sehr gute Ablenkung. Nehmt diese Brandpfeile. Und verbrennt euch nicht daran. Oder mich. Dann bleibt mir aus dem Weg, Sensei. Bereit machen. Dort auf der Hauptstraße. Ich erledige sie. Schulen! Äh! Kasper! Ich issisch deine Macht. Aber nur das. Wir sez die Oh Welshустить. Man. Jeistens! Keine Spur von Tomoe. Sie wird kommen. Da sind noch mehr. Hält ihn über den Zahn zu. Gehen Sie bitte. Was ist das? Es ist vorbei. Fürs Erste. Da ist sie ja. Das ist Tomoe? Sie verbrennt das Nagao-Banner. Jetzt haben wir sie. Bis wir dort sind, wird sie längst weg sein. Sie ist feige. Nein. Sie verhöhnt mich. Sie weiß, wer mein letzter Schüler vor ihr war. Hironori Nagao. Wie er sagte doch, das war er nicht. Was denn nun? Ich war jung, hochmütig, gefühllos. Hironori nahm mich zum Vorbild. Er führte Rebellen gegen den Klan und verlor. Doch erst tötete er Fürst Nagaos beste Männer. Hironori starb nicht im Kampf mit Banditen. Die Geschichte sollte Nagao's Vermächtnis schützen. Nein, zwar nicht mehr zu retten. Als ein Lehrer war ich nicht mehr vertrauenswürdig. Man war so gnädig, mich zurücktreten zu lassen. Ich redete mir ein, der Weg des Bogens müsse bewahrt werden. Die Wahrheit ist, ich bin ein Feigling und hätte es längst beenden müssen. Sie sollte bloß verstehen, was es mir bedeutete, wieder zu lehren. Und wie alles andere warnte sie es gegen mich. Ihr könnt Nagao nicht reinwaschen und Tomoe nicht ändern. Doch heute habt ihr die Menschen von Iyoshi gerettet. Mit meinem neuen Schüler. Wir müssen Tomoe verfolgen. Sie hat es auf Akashima abgesehen. Sucht mich dort auf. Wir müssen uns auf Akashima abgesehen. Wir müssen uns auf Akashima abgesehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020